Guten Morgen, das ist bei uns noch nicht so eingeübt, dass man einen guten Morgen sagt. Aber wenn wir uns persönlich begegnen, werde ich in der Regel schon begrüßt. Mein Name ist Julian Kaiser, ich bin Pastor in der FEG Stuttgart. Wir haben vorletzten Sonntag einen Spitzensatz von Jesus gehört, der einem eigentlich den Atem verschlägt. Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater, einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Was für ein Satz. Was Jesus da behauptet, das widerspricht eigentlich fast allem, was wir in unserer Gesellschaft so über Gott denken oder über den Glauben denken. Ich glaube, sehr viele Menschen sagen, ja, über Gott kann man eigentlich nichts Genaues sagen. Ja, denn Gott sehe ich nicht. Gott kann ich nicht anfassen. Gott kann ich nicht mit meinen Ohren hören. Nichts Genaues weiß man nicht. Es nennt sich Agnosticismus, also die Leute sind Agnostiker, die sagen, man weiß nichts Genaues über Gott. Ich kann nichts sagen über Gott. Und ich glaube, es ist recht verbreitet. Wenn es so etwas wie einen Gott gibt, dann ist er transzendent, dann entzieht er sich meiner Wahrnehmung. Ich kann keinen Kontakt mit ihm haben. Und deswegen weiß ich nicht. Es bleibt einfach ungewiss. Gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Keine Ahnung. Wir sind nicht in der Lage, ihn zu erkennen. Andere verorten sich irgendwo in dem großen Spektrum von spirituellen Möglichkeiten. Es gibt ja nahezu unendliche Möglichkeiten. Sie sehen sich als spirituell, vielleicht sogar religiös. Einige von ihnen glauben an Gott, bezeichnen sich vielleicht sogar als Christen. Aber nach Christen als nach ihrer eigenen Vorstellung. Und viele distanzieren sich dann auch wirklich ganz bewusst von den großen christlichen Traditionen und sagen, ja, ich bin Christ, aber nicht so wie diese Kirche, jene Gemeinschaft, wie auch immer. Glauben, nichts Genaues weiß man nicht. Glauben nach dem, wie ich es mir vorstelle. Und offensichtlich gibt es eine Spannung zwischen Jesus und dem, wie er uns Glauben vorstellt, wie er uns Gott vorstellt und dem, was in unserer Gesellschaft um uns herum so ganz verbreitet ist. Da gibt es eine Spannung. Das steht eigentlich in einem Gegensatz zueinander. Denn Jesus hat eben so von Gott gesprochen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Und wie kann es nach so einem Hammersatz überhaupt weitergehen? Das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns heute an, was Jesus dann weitersagt. Und angelehnt an einen Werbeslogan könnte man das, was Jesus dann weitersagt, überschreiben mit der Frage, glaubst du noch oder lebst du schon? Glaubst du noch, dass man über Gott nichts Genaues sagen kann? Glaubst du noch, dass es ganz bestimmt keinen Gott gibt? Glaubst du noch, dass es einen Gott gibt, dass du Christ bist? Oder lebst du schon mit Jesus? Denn das ist die Spannung, die Jesus hier für uns aufmacht, damit wir wahrnehmen und uns orientieren und entscheiden können. Ich lese aus dem Johannes-Evangelium, aus dem Kapitel 14, die Verse 7 bis 14. Jesus Christus spricht. Wenn er mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du denn sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hinglaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen. Ich versichere euch. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Das ist Gottes Wort. Wenn ihr mich kennt, sagt Jesus, dann werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen, sagt Jesus am letzten Abend vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern. Jesus hat eine einzigartige Verbindung zu Gott. Eine enge und tiefe Verbindung zu Gott. Das haben seine Jünger schon beobachtet. Sie sind gläubige Juden, ganz genauso wie Jesus. Sie teilen im Großen und Ganzen genau seine Überzeugungen von Gott. Sie sind da nicht auf einem völlig anderen Schiff unterwegs. Sie teilen im Wesentlichen seine Vorstellung von Gott. Aber sie merken, Jesus erlebt Gott nochmal ganz anders. Jesus erlebt Gott viel näher als ein tatsächliches Gegenüber, mit dem man in Kontakt sein kann, als ein Du. Real. Den Allerhöchsten, den Allmächtigen, den Gott, den Juden nicht einmal beim Namen nennen, wo sie nicht einmal wagen, vor lauter Ehrfurcht, den Namen Gottes auszusprechen, die nennt Jesus sogar mein Vater. Und er behauptet etwas Unfassbares. Ihr habt ihn gesehen. Er sagte zu seinen Jüngern, ihr habt Gott gesehen. Boah, wie kann das sein? Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Und gerade als Juden, da sind wir uns einig als Juden, also wir, ich spreche jetzt aus Sicht der Jünger, da sind wir uns doch einig, Jesus, als Juden, dass wir keine Bilder von Gott machen dürfen. Streng verboten. Wir dürfen eben keine Darstellungen machen, sagen, guck mal, so sieht Gott aus oder guck mal, das ist hier ein Abbild von Gott. Auf gar keinen Fall. Strengstes Bilderverbot. Zehn Gebote. Du sollst dir kein Bildnis machen, kein Abbild. Noch irgendwas. Was, ja, wehe, wehe, auf keinen Fall. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Und Jesus sagt, übrigens, ihr lieben meine Freunde, ihr habt Gott gesehen. Streng verboten, ja. Aber wäre es nicht toll, Gott zu sehen? Wäre es nicht toll, Gott so nahe zu kommen? Wäre es nicht toll, Gott wirklich zu sehen? Nicht als ein Abbild, als ein Götzenbild irgendwie, wo man sich vorstellt, das ist jetzt Gott, obwohl es aus Holz oder aus Metall oder was weiß ich ist, sondern Gott zu sehen als ein reales Gegenüber, als ein echtes Du. Als eine Person. Jesus sagt, ihr habt Gott gesehen. Philippus sagt, ich nicht. Er sagt also nicht, aber sinngemäß. Herr, zeig uns den Vater. Jesus hat gerade gesagt, ihr habt ihn gesehen. Philippus sagt, zeig ihn uns. Zeig uns doch den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Wenn ich Gott persönlich begegnet bin, der Quelle alles Lebens, der Quelle alles Guten, dann habe ich genug. Mehr brauche ich nicht. Wir sehen, Philippus glaubt zwar an Gott, aber diese Nähe, diese enge Verbindung zu Gott, diese Geborgenheit, diesen Halt, diese Liebe Gottes, diese enge persönliche Verbindung, die hat er anders als Jesus, das jeden Tag erlebt, hat er noch nicht erlebt. Herr, zeig uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben vorletzten Sonntag davon gesprochen, wie bedeutend das ist, dass wir in unseren Prioritäten, die Prioritäten unserer Liebe auf die Reihe kriegen. Dass wir nicht die falschen Dinge zu sehr lieben. Wie bedeutend das ist, dass wir das Wichtigste und Kostbarste, nämlich das ist Gott, es gibt nichts Wichtigeres und Kostbares, dass wir das Wichtigste und Kostbarste, was es gibt, an absolut erster Stelle haben. Davon haben wir vorletzten Sonntag gehört. Und Philippus hat das schon erkannt. Philippus hat schon erkannt, dass es das Allerwichtigste ist, Gott an erster Stelle zu haben. Er sagt, zeig uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Philippus hat erkannt, wie bedeutend Gott ist. Er hat aber noch nicht gemerkt, wie nah Gott ihm schon ist. Wie nah Gott ihm schon gekommen ist. Jesus antwortet ihm, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Leute, das muss man sich mal bewusst wahrmachen. Philippus sagt, ich würde gerne Gott kennenlernen, persönlich. Und Jesus antwortet ihm, du kennst mich immer noch nicht? Das ist die Antwort auf die Frage nach Gott. Kennst du mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Macht euch das bewusst, was Jesus hier sagt. Jesus sagt nicht, wer mich gesehen hat, hat vielleicht auch die Chance, ein bisschen von Gott zu erkennen. Wenn es gut läuft. Wer mich gehört hat, hat vielleicht die Chance, irgendwo auch ein bisschen was. Ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung, ohne Limits, sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus sagt, guck mich an, dann siehst du Gott. Den lebendigen Gott. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Philippus, wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Du kannst dich Christ nennen. Und ich glaube, viele Menschen tun das. Und sie täuschen sich darin. Sie täuschen sich. Sie glauben, dass sie Christen sind, aber sie sind keine Christen. Du kannst dich Christ nennen, aber du bist kein Christ. Denn Christ sein ist nicht etwas, was wir nach unseren Vorstellungen formen können. Und sie sagen können, so stelle ich mir Christ sein vor. Das sind meine Inhalte, die ich in diesen Begriff reinlege. Und so ist das nach meiner Vorstellung. Christ sein ist nichts, was wir nach unseren Vorstellungen formen könnten, sondern Christ sein ist das, was mit Christus übereinstimmt. Und Jesus selbst sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubst du das? Ist das ein Teil deines Christseins? Jesus sagt, was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Glaubst du nicht, dass du in mir, dem Vater begegnest? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Und Jesus richtet sie nicht nur an Philippus, sondern er stellt sie jedem und jeder von uns heute Morgen. Er stellt sie auch dir. Glaubst du nicht, dass du in mir, dem Vater begegnest? Wenn du dich als Agnostiker siehst, also dass du sagst, ich glaube nicht, dass man über Gott irgendwie was Genaues sagen kann, dann nimm das wahr, dass Jesus auf eine Art und Weise von Gott spricht, die sich mit deinen Überzeugungen nicht übereinbringen lässt. Das lässt sich nicht. Das ist ein Widerspruch. Das passt nicht zusammen. Wie Jesus von Gott spricht, das widerspricht deinen Überzeugungen komplett. Und wenn Jesus damit Recht hat, dann verändert es dein Leben. Denn dann könntest du Gott kennenlernen, indem du ihn kennenlernst, indem du Jesus kennenlernst. Und wenn Gott wirklich die Quelle alles Lebens, die Quelle alles Guten ist, die Hoffnung über den Tod hinaus, dann ändert es, dann ändert es alles, wenn wir mit ihm in Kontakt kommen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie man sich irgendwelche klaren Vorstellungen von Gott machen können soll als Mensch, ich weiß es einfach nicht, dann gibt Jesus dir den wichtigsten Hinweis dazu. Und geh dem nach, liest doch mal das ganze Johannes-Evangelium. Musst du gucken, es gibt einige Bücher im Neuen Testament, die irgendwie mit Johannes heißen. Das Johannes-Evangelium. Andere sind auch gut, auch wichtig. Aber wir sind gerade im Johannes-Evangelium. Lies mal das ganze Johannes-Evangelium. Guck mal, wie du Jesus darin kennenlernst. Oder das ganze Neue Testament fängt an mit dem Matthäus-Evangelium. Schau mal, wie du Jesus darin kennenlernst. Und es gibt viele Menschen, die es getan haben und die erlebt haben, da ist Gott drin. Jesus ist anders, als ich gedacht habe. Und tatsächlich lerne ich in ihm Gott kennen. Überprüfe es selbst. Mach es selbst. Glaubst du an Gott oder lebst du mit Jesus? Jesus habe ich am Anfang gefragt und ich habe auch gesagt, das klingt so, als wäre für Christen die Frage schon beantwortet. Glaubst du an Gott oder lebst du mit Jesus? Klar, ich bin Christ. Ja, wenn du jetzt so sagst, ich gehöre zu der frommen Sorte von Christen. Die Frage ist beantwortet. Können wir weitergehen. Ja, aber das ist nicht so. Denn Jesus nennt uns hier zwei spannende Zeichen dafür, dass wir nicht nur an Gott glauben, sondern mit ihm leben. Und diese zwei Zeichen sind ein Versprechen und sind gleichzeitig eine Herausforderung. Schauen wir uns an. Jesus sagt, Amen, ich versichere euch. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten tun, die ich tue. Hui. Jesus sagt, das Zeichen, dass jemand zu mir gehört, ist, dass er oder dass sie die gleichen Taten tut wie ich. Also ich persönlich werde da gleich ein bisschen kleinlauter. Okay, Jesus, ich muss da nochmal drüber nachdenken, wie das da mit meiner Verbindung aussieht. Das ist ein Ding. Die gleichen Taten wie Jesus. Da denken wir natürlich gleich an Krankenheilungen und an spektakuläre Wunder. Glaube ich, oder? Wer hat gleich an Wunder gedacht, so wie ich? Ja, also die gleichen Taten wie Jesus, spektakuläre Krankenheilung, irgendwie Wunder. Und das ist möglich, wenn wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Das sind sozusagen die Risiken und Nebenwirkungen, wenn wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Das ist möglich. Aber die Heilungen und Wunder sind im Dienst von Jesus nicht das Zentrum. Es ist nicht der Kern dessen, worum es ging. Es sind die Begleiterscheinungen. Der Kern dessen, was Jesus tut, ist Gott zu den Menschen bringen. Ganz persönlich sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört Gott reden. Wer meine Taten sieht, der sieht Gott handeln. Der Kern dessen, was Jesus tut, ist Gott zu den Menschen bringen. Und das ist auch sein Auftrag an alle, die an ihn glauben, die zu ihm gehören. Gott zu den Menschen bringen. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue, sagt Jesus. Und er meint damit, Gott zu den Menschen bringen. So wie ich Gott zu den Menschen gebracht habe und bringe, so werden die, die zu mir gehören und im Glauben mit mir verbunden sind, Gott unter die Menschen bringen und zu den Menschen bringen. Menschen werden diesen Leuten begegnen. Und indem sie diesen Leuten begegnen, werden sie Gott begegnen. Und Gott kennenlernen. Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue, nämlich Gott zu den Menschen bringen. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, sagt Jesus, denn ich gehe zum Vater. Jesus sagt also, ich werde schon in wenigen Stunden nicht mehr da sein. Zumindest nicht so wie jetzt. Ich werde schon in wenigen Stunden nicht mehr in dieser Welt so reden und so handeln, wie ich das jetzt gerade tue. Denn ich gehe zum Vater. Und dann ist es eure Aufgabe. Gott zu den Menschen zu bringen. Ihr werdet es tun. Und dabei werdet ihr größere Taten tun als ich. Wenn wir an spektakuläre Wunder und wenn wir an Heilungen denken, dann ist das ja völlig ausgeschlossen. Ja, dass irgendjemand größere Taten tut als Jesus. Niemand kann größere Taten tun. Aber Jesus meint eben nicht zuerst die Wunder. Er meint alles, was er getan hat. Und alles, was er getan hat, ist unter diesem Auftrag, Gott zu den Menschen zu bringen. Und das konnte Jesus nur für kurze Zeit. Wahrscheinlich waren es nur drei Jahre, wo er so aktiv war, dass Menschen durch sein Reden Gott wahrgenommen haben und durch sein Handeln Gott gesehen haben. Wahrscheinlich waren es nur drei Jahre. Und er konnte es auch nur in einer sehr begrenzten Region. Das, was die Römer da besetzt hatten, was unter der Flagge Palästina lief, Judäa, Samarien und ein paar angrenzende Städte. Und nur eine kleine Zahl von Menschen hat sich für ihn geöffnet und für seine Botschaft. Wenn man die Missionsarbeit von Jesus betrachtet, da haben kurze Zeit später andere schon viel Größeres geleistet als Jesus. Grenzen gesprengt zu anderen Menschen, zu anderen Völkern, zu anderen Kulturen, Sprachen und rumgereist über Schiff und per, was weiß ich, zu Fuß und Maulesel und keine Ahnung. Und das geht so bis heute. Natürlich kann eins niemand übertreffen. Und das ist die Grundlage und die Kraft unseres christlichen Glaubens, nämlich dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist um uns zu retten. Das kann niemand übertreffen. Aber Gott zu den Menschen bringen, da sagt Jesus, da werdet ihr Größeres tun als ich. Ich bin hier in Judäa für drei Jahre und eine Menge Menschen hören mir nicht mal richtig zu. Ihr werdet mehr erleben. Ihr werdet mehr erleben. Wer im Glauben mit mir verbunden ist, wird noch mehr tun, als ich getan habe. Ja, ihr werdet Gott in neue Länder bringen, wo ich nicht war, wo ich nicht hingekommen bin. Ihr werdet Gott in neue Zeiten bringen, in neue Situationen, in Familien, in Arbeitsstellen, an Schulen, an Universitäten werdet ihr Gott hinbringen. In Nachbarschaften und Stadtviertel. Und jetzt frage ich noch mal, glaubst du noch an Gott oder lebst du schon mit Jesus? Jesus sagt, das ist ein Zeichen. Die, die mit mir verbunden sind, werden Gott zu den Menschen bringen. Das zweite Zeichen sagt Jesus, wenn ihr dann in meinem Namen um irgendwas bittet, werde ich es tun. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Nochmal so ein Versprechen, wo man eigentlich denkt, das kann da nicht wirklich stehen, oder? Das muss irgendwie falsch übersetzt sein. So krass kann es doch nicht gemeint sein. Das klingt doch nach so einem himmlischen Einkaufsgutschein, aber ohne Grenze, ohne Betragsgrenze. Also nicht, weil Amazon-Gutschein 50 Euro, sondern himmlische Einkaufsgutschein unbegrenzt. Klingt so, als könnten wir alles haben, was wir wollen. Verlockend. Aber das meint Jesus nicht. Was meint Jesus? Was bedeutet es denn, im Namen von Jesus um etwas zu bitten? Keine Ahnung. Aber stellt es euch mal anders vor. Fragen wir es uns mal anders. Was bedeutet es denn, im Namen von jemand anderem etwas zu tun? Das kommt uns schon vertrauter vor. Im Namen von Jesus bitten. Manche bringen Bitten vor Gott und sagen am Schluss in Jesu Namen Amen. Nichts verkehrt damit. Versteht mich nicht falsch. Nichts verkehrt damit. Völlig in Ordnung. Aber das ist nicht das, wovon Jesus hier spricht. Im Namen von jemandem zu handeln heißt, ich bin der Stellvertreter von jemand. Und ich handle jetzt in dessen Auftrag. Und ich handle jetzt so, wie derjenige es will. Das heißt im Namen von jemand handeln. Ja, eine Bankvollmacht zum Beispiel. Ein Gebet im Namen von Jesus ist also nicht eine mit Jesus gesprochene Formel, sondern es ist der Jesus-entsprechende Inhalt meines Gebetes. Wenn ich um das bete, was Jesus auf dem Herzen brennt, dann bete ich in seinem Namen. Wenn ich nicht das bete, was ich will, sondern was er will, dann bete ich in seinem Namen. Dann sagt Jesus und verspricht es uns, dann wird Gott handeln. Dann wird Jesus handeln. Dann werden wir erleben, dass Gott mitten in dieser Welt live und in Farbe lebendig ist und handelt. Was für ein unfassbares Versprechen. Wer mit mir im Glauben verbunden ist, der wird mehr als ich es getan habe, Gott zu den Menschen bringen. Wenn ich das höre, ich sage es euch ganz ehrlich, das kann ich gar nicht ohne Zweifel hören. Ich kann das gar nicht so hören und sagen, klar, Jesus, werde ich machen. Mehr als du werde ich Gott zu den Menschen bringen. Das kann ich gar nicht ohne Zweifel hören. Da frage ich mich, Jesus, ist das denn ernst? Bist du sicher? Meinst du das wirklich? Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es ist nicht ein Auftrag, den Jesus hier gibt. Es ist ein Versprechen, was er gibt. Jesus sagt nicht, ihr müsst dann Gott zu den Menschen bringen. Jesus sagt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr Gott zu den Menschen bringen. Das ist ein Versprechen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich ganz persönlich, der das mit ein bisschen Zweifel hört. Entweder ich nehme ihn beim Wort oder nicht. Entweder ich bekenne Jesus und sage, Jesus, weißt du was, wenn ich das höre, ich kann es kaum glauben. Ich habe es bisher viel zu selten erlebt. Ich kann es kaum glauben. Aber weißt du was, Jesus? Ich habe dich bisher als absolut vertrauenswürdig erlebt. Du hast mich nie enttäuscht. Ich will dir glauben. Ich nehme dein Versprechen beim Wort. Und wenn das stimmt, dann freue ich mich jetzt schon drauf, das zu erleben. Ich kann das gar nicht ganz frei von Zweifeln und Fragen hören. Genauso wie das andere, das Jesus sagt. Und wenn ihr mit mir verbunden seid, dann könnt ihr in meinem Namen beten und bitten und ich werde es tun. Denke ich, ist das dann wirklich so? Aber ich glaube, das ist so. Denn je mehr wir Jesus kennenlernen und je mehr wir mit ihm verbunden sind, umso mehr werden wir von ihm geprägt. Mein Denken wird immer mehr geprägt von dem Denken von Jesus. Meine Gefühlswelt wird immer mehr geprägt von Jesus. Meine Antriebe, das, was mich motiviert, was mich antreibt, wird immer mehr geprägt von Jesus. Und dann kann das passieren, dass ich genau das bete, was Jesus auf dem Herzen hat. Und Jesus sagt, hey, das mache ich. Das mache ich. Und es dann erlebe. Und so, sagt Jesus, wird durch den Sohn, durch mich, die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. So wird die Schönheit und Größe Gottes mitten in dieser Welt, mitten unter den Menschen, mitten unter uns, so wird die Größe und Schönheit Gottes mitten unter uns sichtbar werden. Und wir werden Gott zu den Menschen bringen und werden erleben, dass wir das beten, was Gott auf dem Herzen hat und dass Jesus lebendig ist und handelt mitten unter uns. Und so wird Gott uns seine Größe und Schönheit zeigen. Das ist das Versprechen von Jesus. Glaubst du noch? Oder lebst du es schon? Ich möchte es gerne leben. Da möchte ich reinwachsen. Und ich freue mich über jede und jeden, die sagen, ich auch. Dann lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Amen. 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 Amen.